Ach, unsympathisch neues Video. Ja, okay, ich wollte schon sagen, heute ist es auf YouTube. Ja, ich klinge jetzt einen Battlefront rein. Frosted 10 Monate, wie fandest du das Battlefield 2020 Gameplay, Baba? Freut mich sehr auf das Game. Also, ich sag dir ehrlich, Battlefield aktuell für mich persönlich meist gibt es das Game, wo ich mich wirklich drauf freue. Für jeden rein. Dabei lade ich Sonntags, Montags, Dienstags, Mittwochs oder Donnerstags hoch. Ich habe das Gefühl, in der nächsten Episode Sascha liest Kommentare, werde ich von der Community komplett tops genommen. Aber zum Glück kommt das Video erst in fünf Wochen. Das war kein Spaß. Heute ist endlich wieder soweit. Heute hatten wir Luca mal wieder eure Clips zukommen lassen. Das heißt, heute drehen wir eine Episode. Versuche zu lachen oder versuche nicht zu lachen. Man muss dazu sagen, dass das heutige Video mal wieder... Dankeschön an der f*** Nachi für die fünf Sub. Geht meine Freundin schon wieder ins Zimmer, wo die Freundin freie Zone ist. Ne, was ist denn? Soll ich schon in der Sechsten machen, dass du jetzt hier drin bist? Ja, ich bin auch gerne alleine hier. Das ist mein Männerzimmer hier. Die Katze heulen schon. Der f*** Nachi, dankeschön für die fünf Sub-Gifts. Ich grüße dein Herz, Digga. Chopper 400, vielen Dank für den vierten Monat. Resub! Dankeschön auch an Tial für die 13 Monate. Und wir gehen jetzt ins nächste Video rein. Unsimpotisch. Let's go! Was ist denn, Bibi? Ich habe eine Challenge, dass ich alles laut vorlese. Dave und ich habe eine Frage an euch. Habt ihr eigentlich Gurken auf den Augen? Das letzte Video, was Dave geschnitten hat, hat die Bewertung... Hä? Als falls ihr das heutige Video besonders scheiße findet. Lasst es, Dave, unten in den Kommentaren. Gerne wissen. Ich bin sehr gespannt, was für Clips ihr durchgeschaut habt. Und manche haben sich auch schon beschwert, dass es ja zu heiß sei und dass der Ventilator mal wieder kommen soll. Und genau für die Leute kommt jetzt der Ventilator. Irrenos. Da ich jetzt das Intro auch schon auf 40 Sekunden strecken konnte, würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Clip. Let's go! Das war mal das Studio von Vince. Weil der Vince ja, wenn überhaupt noch zu Besuch kommt, dachten wir, lassen wir das auf jeden Fall hier. Das wäre irgendwann mal, ne? Wenn der Lockdown ein bisschen vorbei ist, dann wieder... Das ist natürlich eine Geschmackssache. Ich finde das Grün fürchterlich, Digga. Dumping cold water on my girlfriend while she's in the shower. Der Clip ist älter als, als, als ich. Da ist niemand runter. Sex lässt Bärte schneller wachsen. Ja Leute, kein Witz. Wer, wer von euch da draußen hat gerade versucht, lustig zu sein? Okay, bei Dumbledore läuft, bei Hagrid läuft. Ich mach kein Auge. Aber wer auch immer das zusammengeschnitten hat, für dich hab ich einen ganz besonderen Platz heute im Video. Ehrenlos, wer da gelacht hat. Achtung. Eine halbe Glatze hat 400 Haare. Wie viel hat deine komplette Glatze? Null. Null. 800 Haare. Der Jeremy ist einfach King, sag ich dir ehrlich. 3, 4, 5, 6. Yo Jeremy, check out this lighter trick. Alright, if you're a rapper or a singer, duett this and show me what you got. Okay. My mama don't like. Okay. Okay. Hey. My mama don't like it. She likes everybody. Mann. Ich muss wirklich sagen, der zweite Part hat mega gekillt. Wehe Dave, jetzt kommt hier irgendwas von meinen alten. Ich strolle durch den Park, seh ein Girl so wunderbar. Und ich muss auch wirklich sagen, der Clip ganz zum Anfang mit dem Fußballer. Und der halbe Glatze hat 400 Haare und ne ganze Glatze hat 800 Haare. Der war nicht schlecht. Bellarabi, check ein Dog. Bellarabi? Im Saal 500 des Berliner Landgerichts landen häufig die großen Gangsterbosse. Ich liebe SPIEGEL TV dafür. Heute ist es eher ein kleiner Gauner. Ein kleiner Gauner, Flair. Angeklagtes Rapper Flair. Geil. Wo, 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 wo. Shes watching this like. Lay your phone down and see what you look like on tie. Sagen wir mal so, da ich jetzt auf gar keinen Fall Berlin-Verbot haben möchte, egal wegen was Blair vor Gericht war, er war unschuldig. Und der Clip am Ende war richtig verstört, man. Ich wollte heute Nacht noch schlafen. Ich hab nichts verstanden. Okay, komm. Da fahren wir jetzt. Ich disziere mich. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Ich weiß nicht, wer die Clips heute zum Teil eingesendet hat, aber an manche Spezialisten unter euch, seid euch sicher, im Himmel gibt's keinen Platz für euch. Für mich aber schon. Okay, reicht jetzt auch mit der Melodie, übertreibt mal nicht den. Falls euch das Video heute gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr auch noch Clips habt zum Einsenden, ganz wichtig, dieses Format funktioniert nur, weil ihr Sachen einsendet. Dann sendet bitte diese Clips an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht raus. Falls ihr meinen Kanal und SympathischTV für zwei Videos in der Woche noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr jetzt auf kostenfreier Airbruder-Basis... ...ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Nice. Ähm. Was weiß nicht, ähm, 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 ähm. Hä, wer, wer, wer ist da und an ähm, ähm, hä? Nice. Ähm. Was weiß nicht, ähm, 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 ähm. Was weiß nicht, ähm, 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 mein Schatzbuch, mein, mein Wortschatz besteht auf zwei Wörter. Sag ich mal zum... Was weiß ich von der Fliege? Piss dich! Sag ich! Dave, das wird alles nicht reingeschnitten. Du bist gefeuert. F Dave, Job verloren. Ach, diese Voice Crack. Ach, ich finde diese Voice Crack echt auch nicht lustig. Keine Ahnung. Verstehe ich überhaupt nicht. Verstehe ich null, diese ganze Voice Crack. Scheiße, ey. Es ist Freitag, bitte mit den Nomis unterwegs, ey. Unterwegs, ja. Ich werd angerufen von nem Bro, er fragt, was geht grad. Rippen, Krabbe, Hülsen und wir hängen an nem Skatepark. Ey, yo, bis später. Es ist Freitag, bitte mit den Nomis unterwegs, ey. Unterwegs, ja. Ich werd angerufen von nem Bro, er fragt, was geht grad.